Die Flipper-Familie im Bulls & Balls Fulda hat Zuwachs bekommen. Acht hochmoderne Geräte der Firma Stern aus den USA runden nun das Angebot an Flipper-Automaten vor Ort weiter ab. Vom Klassiker bis zum kürzlich erschienen Spider-Man-Automat. Und die neuen Geräte kamen gut an. Also das Besondere an den Flippern ist, dass wir hier bei Bulls & Balls sowohl neue Themen als auch alte Themen haben. Wendet sich quasi alles auch an die ältere Generation, da wir aus unterschiedlichen Epochen, unterschiedliche Generationen hier vertreten. Ganz neu dabei sind jetzt acht Geräte aus der sehr neuen Generation von Stern Pinball. Wir haben unter anderem The Walking Dead, Game of Thrones, den neuen Spider-Man in der Vault Edition hier. die vom Regelwerk wesentlich umfangreicher sind, komplexer zu spielen und sich halt auch mehr so an die Jugend richten. Einem echten Härtetest wurden die Neuarmkömmlinge auch gleich unterzogen. Nach einer ausgiebigen Warmspielphase wurde an den neuen Automaten das Fulda International Open ausgetragen. Rund 70 Starter meldeten sich für dieses Turnier an. Die weiteste Anreise hatte ein Schwede. Das ist ein Schreibtisch für das Aspekte. Die Däufen sind nicht in die Ölberge. Die Ehre, dann war es nie mit dem Saal oder Tradition. Aber es ist nicht mehr der Schläge. Die einzige Schleife. Das sind alle, die sich in der Schweiz verbunden hat. boa Rolle spielt dazu. Die Wendet ist eine Schleife.